Das Meer. Sand unter meinen Füßen. Jedes Mal, wenn eine weitere Woge über den Strand spült, sinke ich tiefer ein. Dann sehe ich eine Gestalt am Horizont. Nur die Silhouette, weil die Sonne direkt hinter ihr untergeht. Ich höre mich, Daddy, Daddy, rufen. Ich renne auf ihn zu und dann... Der Untergang der Welt steht bevor Mr. Snyder. Es geht hier um mehr als um bloße Freundschaften. Er hat sie mir offenbart. Die Lehre von den letzten Dingen. Es gibt gewisse Anzeichen dafür, dass Ihre Welt, so wie Sie sie kennen, bald Geschichte sein wird. Ich dachte... Oh Gott. Ich dachte, ich verliere den Verstand. Er ist ein bedauernswertes Geschöpf, ihr Mr. Snyder. Doch der Prophet hat es sich zum Ziel gesetzt, seine besonderen Gaben zum Wohl der Menschheit einzusetzen. Glenn, wir brauchen dich. Gewinnt. Lass mich in Ruhe. Ich will mit dem ganzen Zeug nichts mehr zu tun haben. Glaub mir, ich wäre auch gern woanders. Aber du wirst jetzt mit mir kommen, ob du willst oder nicht. Jeder Fehltritt könnte unser letzter sein. Bitte, helfen Sie mir. Er hat das Bewusstsein verloren. Sie verfluchtes Miststück ist Ihnen klar, was Sie getan haben. Ich habe Angst, dass er stirbt. Sie müssen verstehen, was mit ihm geschehen ist. Und die Dinge, die wir tun mussten, es war notwendig. Sie sind tot, Cain. Wir alle sind tot. Es ist vorbei. Vorbei. Lassen Sie mich los. Wenn es sein muss, ja. Lassen Sie mich los. Gott. Lassen Sie mich los. Ich werde nicht zusehen, wie unfähige Derektaten zulassen, dass die Welt an den Rand des Abgrunds geführt wird. Dad? Dad, lass den Scheiß. Verdammt. Glenn, wenn du mir hilfst, können wir alle Menschen hierher bringen. Nicht nur einzelne Städten. Uns läuft die Zeit davon. Hilf mir. Verdammt. Ich verstehe kein Wort. Aide, wir brauchen Sie. Protokoll Alpha ist in Kraft getreten. New York City. Vor gut einer Stunde. Sergej Polokov. Er war Berater im Projekt Guter Hirte. Bis zu seinem spurlosen Verschwinden vor einem halben Jahr. Ich habe es beendet. Keine Kämpfe mehr. Keine Sorgen. Kein Leid. Es ist vorbei. Vorbei. Ich habe es hier gesagt. Es war ein Fehler. Ich habe es hier gesagt. Vielen Dank.